Hallo Leute, Klammachter und so, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute, und heute spielen wir den Herrschaftsmodus, den Flippetrojan, meine lieben Freunde, und mit dabei, in meinem Team, das Team Double A, ist der liebe, Kittmarschwanz, ja Leute, oh ja, Kriegsgeheult, Siegesgeheult, und im gegnerischen Team ist einmal der liebe Snudzki, ich grüße dich, oh, 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 hi, na, sag mir das so auf deinem Planeten, ja, hallo, und natürlich mit dabei, der liebe Wienerschwanz, nein, 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 bitte, nein, stopp, ja, meine lieben Freunde, nicht vergessen, macht die 300.000 Abonnenten, voll, meine lieben Freunde, wir müssen die dieses Jahr noch voll machen, und nicht vergessen, Double A-Merch abzuchecken, weil dann seid ihr so gut, nicht so Kittmarschwanz, wer safe diese Runde heute gewinnt. Und ich will was sagen, Leute, kommen wir zur Erklärung, und dann geht's in den Jungs. Willkommen zu der Erklärung von Herrschaftsmodus in Flippetrojan, und zwar, meine lieben Freunde, in diesem Modus geht es darum, dass wir Punkte einnehmen müssen, das heißt, das erste Team, was 200 Punkte hat, gewinnt diesen Modus, meine lieben Freunde. Doch, es ist nicht so einfach, meine lieben Freunde, weil, wenn man jemanden killt, bekommt man 5 Coins, mit diesen Coins kriegt man eine Punkteserie, das heißt, ab 10 Points kann man sich Raketen kaufen, ab 30 Points kriegt man einen Luftschlag, und ab 40 Points kriegt man sowas wie eine Predator, meine lieben Freunde, also diesen Sturmriss, den was schon mal scheint, und ich will was sagen, Leute, viel Spaß beim Video. Okay, meine lieben Freunde, der Timer beginnt, und ich will was sagen, Kid Mave, wir holen uns hier unsere Waffen, und dann geht's auch schon los, Digga. Let's go, Digga. Bist du brä, brä, digga? B-b-b-waffende, brä, digga. Wir müssen die fertig machen, das Ding ist, wir haben Schmocki im Gegner-Team, und Burak, also das heißt, wir haben ein hartes Gegner-Team, und ich will was sagen, wir sneaken uns mal hier ran, und, oh, Burak ist auf dem Panzer. Ich glaub ehrlich nicht, dass es ein hartes Team wird. Ja, meinst du nicht? BAM! Neee. Komm, Burak, komm, komm, komm. Du musst dich achten, wenn du das Schlimm wegzunehmen. Ah, das meiste, egal, egal, Leute, Kid Mave, lenkt die ab, lenkt die ab, lenkt die ab, du weißt, unser Plan, unser Plan, 360 mit, 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 bist du tot? Nein. 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 Kid Mave, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, checken. Ich steck dich, ich halt Schmock, ich höre Kid Mave. Ey, die machen auch Punkte. Ja, die zwei. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Burak, nein. Let's go, let's go, let's go. Odo kommt jetzt an dir. Echt? Ja, pass auf. Ich versuche jetzt übernehmen. Mokolo. Ich sammle Punkte mehr als ich. Nein, sammelt ihr nicht? Kid Mave! Mache irgendwas! Was soll ich machen? Irgendwas! Komm, Angriff, 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 wir müssen direkt vom Punkt holen. Oh mein Gott, der kam Schmocki. Nice, 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 nice. Okay, okay, okay. Das Ding ist, wir müssen Burak aus seinem Scheißeck dahinten holen. Der kleine Camper, Digga. Der ist rechts. Rechts? Oh ja, ist der hin. Ist der hin, ist der. Okay, danke. Danke für den Call. Schmocki ist jetzt auch da. Oh, Burak ist hinter Panzer gleich rechts, Digga. Hab ihn gesehen, hab ihn gehettet. Nice, nice, nice. Ey, Schmocki. Digga! Ich lasse mich. Digga, einer geht ins Loch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nein! Naruto! Nein! Oh mein Gott. Kid Mave, die sind schon bei 37 Punkten. Ich bin im Tunnel. Ey, geht das schon da? Nein! Nice. Bleib Mitte, bleib Mitte. Ich geh in den Tunnel. Pass auf, er schießt von hinten. Let's go, let's go, let's go. Schmocki, du weißt nicht, dass ich in den Tunnel komm. Du weißt ja, du weißt schon. Aua. Bruder, ich hab grad Waffen sortiert. Ah, hellen wir uns da. Nein! Hellen wir uns da grad. Schmocki, lass dir nur Kid Mave, der holt diese Mütze. Ey! Warte! Huuu! 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 Nein, ich bin down. Nein, schade, 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 schade. Wo ist, wo ist, wo ist Burak? Okay, ich seh, ich seh. Oh, kannst du einen anderen rum? Ja. Digga, ich hab übelst den Peak-Spot, Digga. Ich hab noch mal den krassen Peak-Spot. Nice. Burak nicht, Burak nicht aufsammeln. Oh mein Gott, krieg du dich schnell, Burak. Oh mein Gott, jetzt reicht's. Digga, kick mir! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Von was schreibst du Musi, Alter? Sag ich dir nicht, Digga. Hä? 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 Aua, haua. Warum triffst du mich? Ah, wer bist da? Aia, 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 aia. Nice. Nice, 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 bonjour. Er ist unterm Dings. Huuu. Beim, beim Dings, beim Dings. Pass auf. Ey, Schmock wird langsam. Warte mal. Ich spiele wie die Gitarre. Was für ne Gitarre? Hast du die? Komm mal rein, komm mal rein. Ich komm, ich komm. Ey, oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, wir müssen Schmock gestoppen. Wir müssen Schmock gestoppen. Unbedingt, Digga. Die haben schon was geschafft. Oh mein Gott. Komm, 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 komm. Ich hab Schmock. Ich hab Schmock. Oh mein Gott. Geht mir. Ja. Jetzt müssen wir sammeln, Digga. Die sind schon bei 148, Digga. Ich hab gar nicht gedacht, dass sie so gut sind. Vor allem das ist mein Bonus. Ich hab alle 40 Punkte bei uns gemacht. Hast du gar nicht? Was laberst du? Stimmt doch gar nicht. Kidman, bitte. Ich probier den Tunnel einzunehmen. Ja, probier's. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Komm, 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 komm. Ey, warum schmockt Achmed gerade so eklige Snipeshits von mir? Ich hör den online, würde ich nicht einschauen, dieser von den Sätzen, Digga. Kidman. Der hat Hellmann, der hat Dinges. Wir sind beide Bono-Boost, Digga. Ja, Schmock, komm doch. Komm. Ich hab Angst, du hast da übel englige Puzzle. I'm just waiting for you, man. I'm just waiting for you, man. Digga, ich hab gar keinen Begriff. Come on, boy. Nice. Ey, jetzt mal Retalk. Achmed hat mich gerade getroffen. Ja. Und es ging nicht rein. Ganz kurz. Hallo. Are you there for me? Ey, wir haben voll vergessen, dass wir doch Digga haben, ne? Boah, dann geh mal irgendwo ein. Ja, Abschuss-Serie. Ey, ich hab doch im Tunnel, ich bin die Mitte. Dann bleib doch mit deinem Tunnel. Oh, innen Fuß, Digga. Ach, ne, ekelig. Wo ist Burak? Wo ist Burak Kidnaff? Bin ich. Google Map. Nein, er hat Luftfluss. Er hat Luftschlag. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Nice. Leute, wir müssen uns auch gleich was kaufen. Oh, weg. Oh, weg. Achmed kommt. Kidnaff, ich hab Peakspot. Du musst Punkte holen jetzt. Müssen wir die ganze Zeit, Bruder. Wo bist du? Ich bin da, Schmocki. Warte mal, das hast du für eine E-Mail. Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her. Jalla, jalla, Bruder, jalla. Komm, Digga. Wir müssen auf jeden Fall so viel wie die machen, Digga. Dann können wir die erst mal fighten. Weil nicht mehr so viel, Digga. Komm, komm, komm. Deck links, Deck links. Deck rechts. Hatte, 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 hatte. Schmocki, kommt. Als ob. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, warte Leute. Wir sparen noch auf den Luftschlag, Leute. Wir müssen noch zwei Kills machen, dann haben wir den Luftschlag. Ich kann mir... Und Burak ist genau da, wo ich eigentlich hinwollte. Du ekliger Camper. Ja, die Guys. Ich hab schon mal mit drei gespielt. Du Widerling. Nein. Du Widerling. Du Widerling. Diese Waffe ist so ein Laser. Okay. Hä? 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 Nice. Schön. Pass auf, Burak ist auf den Dom. Burak ist auf den Dom. Burak ist... Stopp. Ich nicht. Spiel stopp. Spiel stopp. Meine Regelaufnahme. Nein, hallo. Ich kann nicht Spiel stoppen eigentlich. Alle drei. Nice, 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 nice. Komm, 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 komm. Gib mir, ich hab 20. Ich brauch noch... Auf jeden Fall zwei Kills. Killstreak, Baby. Nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ich bin fast gestorben gerade. Killstreak, Baby. Hab's auch? Fick dich. Okay, okay, Leute. Es steht 157 zu 106. Die gewinnen gerade, die Boys. Und wir haben noch sieben Minuten Zeit. Hat Achmed das gerade geworfen? Hehehe. Nice. Gib mir. Gib mir. Bleibt drin. Bleibt drin. Nein! Ihr bleibt drin. Guckt mal hinter euch. Was? Ich kenn mich selber. Bruder, ich hör jetzt gerade nur noch diese... Bliiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Oh, mein Pisch, der braucht nen Hammer, hm, was nehmen wir da? Leute, mir reicht's, mir reicht's, mir reicht's, mir reicht's komplett. Ey, achte mal drauf, ne Schmocki, der springt da hin und her. Scheiße, ich hab Martin Killstreak verkackt. Oh, nice, hast du ihn? Ey, Budak, Budak, ey Budakult, guck dir. Ach, mein. Er hat nen Handy, er hat nen Handy. Nice, komm, 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 komm. Ich geh rechts runter, ich geh rechts runter. Let's go, let's go, let's go, let's go. Es ist ruhig, es ist ruhig, es ist ruhig. Es ist ein Punkt, es ist ein Punkt. Kidmiff, bist du bitte? Nein, nein, nein. Leute, ich könnte kosten. Leute, vor allem, wenn ihr diesen Spielmodus auch spielen wollt, überlege ich mir den vielleicht zu veröffentlichen. Das heißt, Leute, lasst nen Like da. Und wenn ihr genug Likes gelassen habt, dann kommt der Web-Veröffentlichungsmodus. Ey, Digga, sie spawnen es nicht. Sie holen sich schon wieder die Punkte, Kidmiff. Budak, stopp, 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 stopp. Aufnahme. Entschuldigung, Aufnahme. Beweggst mich auf. Was hab ich gemacht? Ja, das hat mich aufgedrückt. So, Schmack down. Ich schieße halt nur mit meiner Lieblings-Lof hier. Ja, und hüpf, du war ja rum wie Crazy Frog, Digga. Ey, Budak, geht rein ins Loch. Ich hüpf nicht. Budak, warte, warte, ich will dir nen Trick zeigen. Ich will dir nen Trick zeigen. Bleib da mal stehen. Bleib da mal stehen. Ja, okay, schwarze, komm rein. Jetzt, wo? Nein, ich mein nicht da. Aber, die Fässer sind explosiv. Schmockig, ekelhaft. Mann, was für ich? Ey, Ahmed, Ahmed, Budak ist hier gleich. Ach so, echt? Ey, die braucht das halt echte Laser. Die ist übelste Laser, Digga, komm. Ja. Digga, ich hab doch gesagt, das ist die beste AR. Wir haben ausgefunden. Ja, Mann, ist sie auch. Oh mein Gott, oh Mann, gib mir nein. Boah, in den Arsch, in den Arsch. Was ist denn, in den Arsch, Digga? Was ist denn? Ich hab dir in den Arsch geschossen. Oh mein Gott. Oh Jungs, ich hab meinen zweiten Luftschlag. Digga, kid me. Wir müssen jetzt punkte. Kid me, komm jetzt, komm jetzt, Bruder. Komm, Double A. Komm, komm, zieh durch. Schmockig, passt auf. Ich krieg's Ahmed nicht tot. Schmockig, passt auf. Das ist unglaublich. Double A, schaut mal. Was denn? Steht schon wieder drin, Digga. Ich kipp mich nicht weiter. Digga, Schmockig, du kleiner. Entchanzt sogar noch, entchanzt sogar. Und auch, er trifft dich. Die haben mich getroffen, die haben mich hart getroffen. Okay, komm. Schmockig ist nur low. Ey, warum siehst du mich denn, Digga? Es ist unfair, Digga. Es ist unfair, Digga. Aim, aim, aim. Nice. Muss man kaum rauslaufen aus deinem Panzer, Allah. Bruder, ich... Digga, er hat seinen Scheiß-Streak, Digga. Aber, Leute, wir haben auch gleich Luftschlag. Schmockig, passt auf. Bruder, du bist doch ein Scheiß-Camper! Atemübung. Ey, ach, kid me. Wir haben noch drei Minuten. Wir müssen. Digga, die haben schon 180. Achse. Achmed, Achmed, komm mit. 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 Ey, Bruder, komm mit. Die müssen uns aufhalten, komm. Ich kann nicht kommen, weil Bruder gerade um mich angreifen. Egal, komm einfach. Ey, hast du Luftschlag-Karte? Ich dachte, wir wollen cheaten. Nein. Hast du nicht? Ach man. Wir cheaten. Cheater Nummer eins. Ja, Uduman. Nein. Ich wollte auch cheaten, Digga. Mit Raketen. Digga, Achmed. Hast du Minzen? Hast du Minzen? Nein. Egal. Nice. Okay. Cheats, Digga. Cheats aktiviert, Digga. Let's go. Digga, komm. Nein. Nein, die haben gewonnen. Ja. Ja. Kid me. Schmeiß den Spawn. Schmeiß den Spawn. Kid me. Schmeiß bei dir an den Spawn. Ich hör nichts. Ich bin tot. Nein. Nein. Sie haben uns bei 199. Stopp. Warte, warte, warte. Ey, komm. Wir machen auf Ehre. Ey, komm. Lass auf Ehre. Warte, warte. Nein. Nein, nein, nein. Schmeiß hier in die Höhne. Ja. Er sagt ja. Spiel ist schon vorbei. Er sagt nach drei Jahren. Ja. Okay, meine Lieferin. Ihr seht jetzt hier. Kid me. Und weakness. Guck mal. Weakness. Weakness und Snoots. Die haben dieses Battle gewonnen. Wie gesagt. Lasst ein Like unter diesem Video da. Wenn ihr diese Map aufspielen möchtet. Dann veröffentlichen wir sie. Und ich würde sagen, Leute. Wir sehen uns morgen. Bei einem neuen Video. Checkt mal wie meine Jungs. Aber. Ciao. Ciao.